Das Teil, so heißt, da brauche ich Handschuhe für und das lege schneller als die Polizei erlaubt. Das ist eine V-Rod Screaming Eagle. Die ist aus dem Jahr 2005 ein limitiertes Sondermodell, hat gerade mal 8.000 Kilometer gelaufen, hat eine Castig dran, Mini-LEDs für Hinden und die kostet 16.490 Euro. Und die gibt es bei uns. Und die könnt ihr auch bei uns in Probe fahren.